Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Sehr nice, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich sehr wirklich. Und ja, es gibt weiter. Der nächste Gegner, der auf uns wartet, wurde ja schon verraten, mehr oder weniger, ist Arcane oder Arcane. Halt der Typ, für die, die jetzt nicht mehr genau wissen, wer das ist, das ist der Typ halt mit dem Schwarzen Magier, den zweiten, beim Battle City Turnier. Der sich gegen Yu-Gi duelliert. Und ja, wir haben eigentlich alles schon gemacht. Wir haben eigentlich alles schon gemacht. Wir haben unser Team fertig gemacht, oder unsere Teams fertig gemacht. Wir haben Esper Rover, wir haben Joey, Thea haben wir dabei, natürlich Mai und so weiter. Ich glaube, oder wahrscheinlich kann man auch mit weniger Teams hier gewinnen, oder allgemein mit weniger Teams spielen. Ich bin Noob, Leute. Ihr wisst das, das Spiel ist zum ersten Mal. Deswegen bleiben wir jetzt mal so und gehen mal rein und schauen mal, wie das wird, ne? Und schauen mal, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Let's go, Leute. Let's go. Aktuell bin ich sehr drin. Ich merke, es ist immer noch das selbe Setschen vom letzten Mal. Ich habe mega Bock. Es macht aktuell sehr viel Spaß. Wir machen Progress und so weiter. So, Leute. Das ist der Gute. Du bist nicht der Einzige, der, 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 ne, Einzige den, der in der Magie als seinen Meister bezeichnet, Yu-Gi. Ja. Warum zeigen wir ihnen nicht hier und jetzt, wer sein Magier-Meister ist? Okay. Okay, okay. Wir haben auf jeden Fall gar nicht mehr so viel zu tun, eigentlich. Wir haben da eine Burg. Wir haben hier eine Burg. Die wird angegriffen da vorne. Das ist gut, äh... Ist das der Harp hier? Ne, das ist kein Harp hier, aber es kommen einige Gegner auf jeden Fall. Da sind drei Gegner. Ja, okay. Äh, ja. Ich würde sagen... Achso, wir wollen jetzt mal das einnehmen, ne? Das macht Sinn. Ich würde sagen, Ter kann das... Obwohl, lass mal Joey, wenn wir ein bisschen kämpfen, glaube ich. Ich habe Bock, den Rotauger weiter zu pushen ein bisschen. Da kann Joey das mal einnehmen. Ähm, und... Herr oder Mai... Ja, ich weiß nicht. Komm, Esper, geh du mal hier rüber. Boah, da kommen einige Leute. Da kommen einige, Junge. Guckt euch das an. Da kommt eine ganze Armee. Kommt hier. Seht ihr das? Die roten Punkte? Holy shit. Okay, gut. Aber ich habe Bock. Wir können ein bisschen leveln mit Joey. Das ist eigentlich ganz schön. Und... Ich glaube, mit Yugi gehen wir hier rein. Oder? Ja, eingenommen. Perfekt. Ich glaube, mit Joey... Ah, okay. Sie alle weg geht jetzt. Okay. Ich weiß nicht. Wollen wir mit Yugi da reingehen? Oder mit her? Yugi ist ja schon krass gelevelt so ein bisschen. Ja, komm. Ich gehe mit Yugi rein da, glaube ich. Der Jinso ist auch cool irgendwie. Hält mir sehr gut. Sehr schön. Okay, komm, Yugi. Yugi, mach dich ready. Wir gehen mit dir rein gegen Arcane. Ist doch cool. Haben wir hier ein schwarzes Magier-Duell. Finde ich ja auch ganz schön eigentlich. Ganz lustig. Nehmen wir das mit. Äh, lass mich überlegen. Ladenbesitzer. Weil ich wollte eigentlich noch ein paar Items kaufen. Weil wir haben gut Cash gesammelt. Für den Fall der Fälle, denke ich immer. Ja, machen wir für ein Stück. Monster wiedergeboren, ja. Ja, kommen wir ein paar weitere. Zehn Stück, mach ich mal. So, sehr schön. Wo kommen die jetzt nicht her? Da sind sie ja. Okay. Okay, da können wir ja ein bisschen durch. Das bieten, Leute, ne? Okay, wir dürfen natürlich nicht sterben. Das wäre bitter, glaube ich. Hä? Was war das? Holy Shit. Was war das? Alle angegriffen? Okay, das ist neu. Das habe ich gefeiert gerade. Das sah sehr cool aus. Das sah sehr cool aus. Crazy. Oh mein Gott, wieder. Ein Doppelangriff, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir sterben. Wir sind drin. Einfach, wir haben verloren. Mit Juhi schon. Perfekt. Äh, ja. Das ist natürlich... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da sage ich dir ganz ehrlich. Das habe ich gar nicht... Wusste ich halt nicht, Leute. Was soll ich machen? Ach, du Heilige. Ach, du Heilige, Leute. Das ist natürlich... äh, interessant, würde ich sagen. Ja, Mann, Leute. Ich kann nicht schnell heilen. Das gibt es ja nicht. Dann wird es auf jeden Fall noch mal heilen. Definitiv. Wir müssen den Beauftragten der Dämonen heilen. So ein bisschen. Ich hoffe, ihr überlebt es jetzt. Weil er braucht auch rote Medizin. So, die beiden müssen das regeln. Wie können sie sich fusionieren? Wie können sie sich fusionieren, Mann? Ich verstehe es nicht. Lieb, Verteidigen, Objekt, Info. Ne, ich glaube nicht, oder? Die können sich nicht fusionieren. Also, das ist wahrscheinlich random. Die können sich fusionieren, aber das ist wahrscheinlich random, oder? Denke ich mal so jetzt. Aber ich habe keine Ahnung. Wir verlieren wieder. Verweckt. Ihr könnt doch nichts kaufen so schnell. Das geht so schnell, Leute. Ihr könnt nichts kaufen. Crazy. Crazy, crazy, man. Wir können auch gut leveln bedienen. Na gut. Ich greif nochmal an. Leute, überlebt. Überlebt, 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 überlebt. Komm, 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 komm. Ja, wir gewinnen. Aber sie leveln nicht, ne? Sie leveln nicht. Warum nicht? Leute, warum nicht? Warum leveln sie nicht? Das ist komisch, oder? Das ist komisch. Ja, wir müssen wieder heilen. Leider. Und letzte rote Medizin für den Beauftragen. Also, ja, die werden sie schaffen, ne? Auf keinen Fall. Aber trotzdem werden wir so lange kämpfen, wie es geht. Problem ist halt leider nur, dass sie halt nicht leveln, ne? Das ist halt das, was mich ein bisschen stört. Was mich ein bisschen stutzig macht. Und was ein bisschen schade. Das ist, aber wir gehen wieder nicht. Okay, next. Na gut, wir werden es nicht schaffen, Leute. Wir werden es nicht schaffen. Ihr seht es schon, ne? Ihr seht es ja schon. Es sei denn, sie funktionieren sich, aber sie machen es nicht. Auch nicht. Wir können nicht heilen. Wir können nicht heilen. Okay, jetzt ein bisschen gelevelt. Okay, sie haben gelevelt. Sie haben gelevelt. Level 11 für Rotauge. Ja, okay. Gut zu wissen. Immerhin ein bisschen wird es gereicht. Aber. Ja, ihr seht es selber. Ja, das wird nichts werden. Ja, Level 32. Gut. Aber lange durchgehalten. Ja, lange durchgehalten, Joey. Das kann man nicht sagen. Also da kann man sich nicht beschweren, hätte ich gesagt. Aber es reicht nicht, ne? Gut, schade. Gut. Ja, wir haben es verloren. Jetzt werden wir hier angegriffen, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben hier natürlich die ganzen guten Charaktere dabei. Ja, gut. Lass es mal mit. Gut, dann Yugi. Wo ist Yugi eigentlich? Yugi, Yugi, Yugi? Hä, wo ist Yugi? Ach, Yugi ist hier auf der Map, sehen wir es ja. Hä, wo ist Yugi, Leute? Ich check Yugi. Hä? Hier irgendwo oder was? Man sieht ihn jetzt nicht. Ach, hier. Dann geh du mal hier erstmal wieder hin. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, Leute, ob das hier so Sinn macht. Ja, komm. Dann sprühen wir ein bisschen vor. Weil Mai sollte jetzt eigentlich hier gut performen. Das wäre nicht guter Dinge. Dass wir jetzt hier gut die Fettnke mit ihr zur Not haben wir noch Thea. Das ist cool. So, schön. Level 37, perfekt. Wieder Gold eingenommen. Ach, hier, Esper, ne? Er ist bei Robot hier eingenommen um. Sehr schön. Hier, easy. GG, chillig. Nicht chillig. Wir haben hier schnell geschafft. Ja, gut. GG, war doch gut. Hallo? Mai ist EO und Feuer. Wieder einige Level erreicht. Sehr schön. Larmbereitschaft. Dumm eigentlich. Dumm, dumm, dumm. Das ist krass, weil bei Mai jetzt halt, die kannst du oft angreifen. Ihr seht es ja, den Stern ist so heftig bei ihr. Also wir können ja auch nicht reinpushen einfach. Das können wir einfach machen. Die können eh nicht dagegen ankommen. Wir überrennen sie quasi. Wir überrennen sie quasi die Gegner mit Mai. Also wenn wir die noch weiterpushen können, am Level und so weiter. Ich glaube, Mai ist bisher das beste Team, was wir so haben. Gefühlt. Natürlich. 38 Leute, Level 33. Ich bin mal gespannt, wie hoch das geht. Ich bin mir gar nicht sicher. Direkt der Nächste. Guck mal, das sind auch echt so, richtig so Early-Game-Gegner, ne? So Early-Game-Monster. So die Skelette und so weiter. Also die haben wir am Anfang gesehen. Crazy, dass die immer noch im Start sind hier. So spät, denke ich mal. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen, glaube ich. Haben Kaiba schon gesehen und so weiter. Weiß nicht, wie weit wir sind, Leute. Ich denke mal schon über die Hälfte so ein bisschen, glaube ich. Gefühlt, ich weiß aber auch nicht. Deswegen, aber trotzdem krass, dass jetzt immer noch solche Early-Game-Monster hier am Start sind. Aber gut, ey, mir soll es recht sein. Mir soll es doch recht sein, Leute, ne? Blablab wieder 32 für den Drache. 34, 39. Leute, es läuft. Es läuft. Es läuft gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Wir haben auch gleich den Ehre-Mann. Den türkischen Ehre-Mann. Nein, der Harpy-Drug ist drin. Aber egal. Das mache ich doch mal. Wenn man so Force-Speedet, dann übersieht man mal was. Aber nicht so schlimm eigentlich, weil wir haben es eh geschafft jetzt. Wäre schön. Haben wir das eingenommen bisher? Ne. Yugi ist noch... Ja, ne. Yugi kannst eigentlich jetzt vorgehen wieder. Kann ich jetzt wieder vorgehen. Wenn man ehrlich ist. Kannst eigentlich jetzt her eingehen. Mehr oder weniger da noch das eine einfach... Ne, warum nicht? Na, komm her. Hier. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ne, mehr oder weniger gleich. Wenn Yugi jetzt gleich ab startet, sie können nicht mit dem Vorsprung wieder. Oh, dann sind wir doch gut dabei. Nice. Hier ist... Hä? Wo kommt die denn jetzt her? Hab ich gleich gesehen. Wo kommt die denn jetzt her? Na gut. Äh... Spezial. Hä, ist neu? Hä? War das neu, Leute? Wir haben gerade ehmals gemacht. Ich weiß noch nicht was. Oh, ne. Schon gut. Shit. Ich wollte doch nicht rechts am Gleif. Ne, klauen. Weil er lebt lange. Er lebt lange. Easy. Nice. Okay, level up. Wie du merkst. Sehr schön. Level 36 schon. Teil Level 27. Sehr, sehr schön. Kann man... So kann es weitergehen. Wo war der Gegner? Ach so. Da war noch einer drin. In der Burg. Ach so, okay. Das ist ein kleiniges. Okay. Gut, Leute. Sind wir ready für Arcane? Ich bin mal gespannt. Er spielt den Schwarzen Magier. Den Dugner Magier, den kennen wir ja schon. Ähm, das haben wir ja schon... Äh... Das haben wir ja schon gesagt bekommen, dass er den Dugner Magier hat. Ich bin ein bisschen unsicher bei Yugi, weil Yugi jetzt nicht mehr so stark ist, wie er das mal war. Können wir mal gucken genau, das Team. Ähm, wir sehen jetzt den Panda-Kicker, ja, den müsst ihr natürlich bis zum Level noch. Äh, Dugner Magier-Mädchen war gar nicht so stark eigentlich. Der war ganz gut, aber jetzt nicht so stark, wie ich gedacht habe. Ähm, und der Dugner Magier war so medium, ne? Er war ganz gut, vielleicht mit einem höheren Level irgendwann ist er dann gut dabei. Aber, äh, an sich, ist das Team jetzt so medium, würde ich sagen. Aber vielleicht täuscht ich mich auch, vielleicht ist das mega stark. Ich check bloß nicht. Wir werden sehen, ob wir gegen Arcane, äh, ja, wir stehen können. Ich weiß ja nicht, was er noch spielt. Dugner Magier und... Mal schauen, wir schauen. So, Leute, ich bin der wahre Meister des Dugner Magier. Na, nicht wirklich. Kämpf mit mir, Yugi, und du wirst es selbst sehen. Ich werde dir sein unbegrenztes Potenzial zeigen. Na gut, ich bin gespannt. Ah, spielt eigentlich nur mit dem Magier, okay. Sonst, was anderes eigentlich reicht, die Trillich. Na gut, bin ich mal gespannt. Mirror Match, Leute, Mirror Match. Hat auf jeden Fall ordentlich Leben, sein Magier. Hat auf jeden Fall ordentlich Leben, sein Magier. Ähm. Ja. Panther Krieger, würde ich sagen, geh mal auf... Ah, shit, hab ich... Ja, doch, richtig. Geh mal hier auf die... An der Seite. Hey, Giki, holy shit. Das ist nicht gut, weil... Oh mein Gott, was? Hä? Okay, das ist... ... ganz und gar nicht gut. Hey, Giki kann der. Vielleicht sollten wir doch jetzt mal den Schwarzen Magier besiegen. Ich bin mir nicht sicher. WTF? Giki? Ob der Rageki kann? Leute, was bin ich sehend? WTF? Hä? Kommt der mit Rageki auf einmal? Was ist jetzt? Das gefällt mir nicht. Na gut, dann sollen wir mal lieber auf den Schwarzen Magier gehen, oder? Wenn der Rageki kann, Leute... ...dann ist es übel. Das ist nicht gut. Panther Krieger lebt noch so ein bisschen. Wird aber wahrscheinlich nicht überleben. Weil er jetzt zerstört wird vom dunklen Magier. Ist aber gar nicht mal so schlimm. Weil der Panther Krieger war eh nicht so stark. Natürlich, ja. Ich weiß gar nicht. Leveln die auch, wenn die tot sind? Habe ich jetzt nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn wir gewinnen. Ob der dann... ... mitlevelt, obwohl er tot ist. Oder ob der gar nicht levelt, weil er ihm tot ist. Habe ich jetzt eigentlich... ... nie drauf geachtet. Oder das vergessen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, ja. Aber wir müssen uns auf jeden Fall jetzt ordentlich heilen. Weich. Weil der macht ordentlich Damage, glaube ich, oder? Ja, 500er hat es heftig, okay. 500er hat es natürlich... ...nicht gut. Müssen wir natürlich ein bisschen gegenheilen. Das bringt alles nichts. Ja, was ich auch nicht weiß... ...macht er jetzt nur einmal Rageekki am Anfang... ...oder kann er das jetzt immer? Ich weiß ja nicht. Das wäre auch gut zu wissen eigentlich. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt... ...ob er das jetzt immer macht oder nur einmal am Anfang so? Ich glaube schon, oder? Das wäre doch so zu... Das wäre doch nicht OP, oder? Wir haben jetzt auch mal Rageekki gemacht. Das ist eh RIP, eigentlich. Deswegen. Das wäre OP, oder? Nein, schwarz-maigermäte, überlebt! Oh mein Gott, schwarz-maigermäte, überlebt, bitte! Überlebt, überlebt, überlebt! Überlebt, ja, Mann! Nein, überlebt nicht, oder? Doch, die überlebt. Ich muss sie heilen. Shit, Leute, shit! Das ist eh... ...nicht so schön. Aber wir haben fast den schwarzen Mager besiegt. Das ist wiederum ganz gut, eigentlich. Na, der ist natürlich der Hauptfaktor hier. Der Rest ist eigentlich schillig. 1000 AP ist easy. Wenn der schwarze Mager tot ist, dann ist gut. Dann ist nice, aber... ...hitscher Treffer gut, das ist natürlich... ...kannst du nichts gemacht, ne? Hitscher Treffer ist natürlich dann bitter und, äh, unbüglich. Na, Yugi wird zumindest mal den schwarzen Mager vielleicht noch besiegen können gleich. Sollten wir es schaffen, oder? Aber, ey, wieder mal der Boss eigentlich gar nicht schillig. Ich bin so kurz Rageki eigentlich. War das doch wieder mal... Ich denke, wir werden gewinnen. Werden wir, äh... Oder war das relativ schillig. Wir haben ja noch Thea in der Hinterhand. Wenn Yugi jetzt verlieren sollte, was sehr wahrscheinlich ist, dann ist es aber nicht so schlimm, weil wir haben ja noch Thea, Mai, Esper noch. Alles cool. Okay, alle rechnen wir Level? Obwohl die tot sind. Tatsächlich. Aber nicht viel. Ja, okay. Ich glaube... Ah, okay, Leute. Wir müssen, glaube ich, jetzt mit Yugi kurz mal wieder chillen. Er muss jetzt zurückgehen. Wir müssen, glaube ich, jetzt Thea holen. Die gute Thea muss jetzt hier wahrscheinlich rasieren am Ende. Ja, komm. Mehr, äh... Thea muss es reißen, Leute. Thea muss es reißen am Ende. Lasst Yugi mal... Ne, Yugi kann da bleiben eigentlich. Okay, Thea. Let's go. Ich believe. Direkt Spezial, oder was? So, sie hat auch... Okay, sie hat auch eine Spezialfähigkeit. Ich weiß auch nicht, was es macht. Aber es steht ja auch nicht da großartig. Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, was es genau macht. Aber wir machen es mal. Es kann ja nicht schlecht sein. Es kann ja nicht schlecht sein, denke ich immer. So, sehr schön. Jetzt erst mal den Schwarzen Magier wegklatschen. Weil es kann ja sein, dass der Zwera gicke kann. Das scheint seine Fähigkeit, oder? Seine Spezialfähigkeit. Der Gicke. Das ist natürlich mega nice. Dann würden wir den wahrscheinlich reintun, wenn wir den bekommen. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir den bekommen. Dass wir dann, äh... Den nehmen für den anderen Schwarzen Magier, oder? Das macht doch viel mehr Sinn. Gefühlt. Oder wir tun einfach beide rein. Die doppelte Schwarze Magier-Kombo. Haha, würde ich auch feiern, irgendwie. Würde ich jetzt schon wieder feiern. Weil, äh... Ich gehe davon aus, aber vielleicht bekommen wir den doch gar nicht. Bei zwei Dungen der Magier, ja, weiß ich nicht. Aber wenn er Rageki kann, ist es natürlich nice. So, ja doch, es geht. Ich dachte gerade, es geht bei denen gar nicht, diese Fähigkeit, aber es doch... Doch, es geht. So, die sind jetzt easy, Leute, ne? Die sind jetzt easy, der Schwarze Magier-Kombo besiegt. Jetzt ist nur eine Frage der Zeit, ne, was wir gewinnen. So, sehr schön. Jetzt ihn noch, den Kollegen. Ja, schade wieder, dass wir mit dem Rot-Auge nicht viele HP, oder viele EP mal nicht holen konnten. Der Panther-Krieger, Leute, weiß ich auch noch nicht. Und den werden wir wahrscheinlich gleich raus tun, weil wir den bekommen, den tut eine Magier. Panther-Krieger weiß ich noch nicht, Leute. Ganz cool irgendwie, aber es funktioniert sogar. Es funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, das Panther-Krieger-Projekt werde ich abbrechen, aber das Rot-Auge-Projekt natürlich nicht. Und da sehe ich mich weiterhin. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Das war doch sehr gut. Ja, Thea ist sowieso nice dabei. Level up für ihr. Für ihre Mod 2 Level direkt, Junge 39, für Geaku Temo. Crazy. Okay, das war es schon. Cool. 1000 Gold. Das kann doch nicht sein. Nein, nicht mich. Mein Körper verblaszt. Ich löse mich langsam auf. Okay, cool. Wie konnte Scott das nur einer seiner eigenen Figuren antun? Der ist ja gladenlos. Ja. Nice, Leute. Wir bekommen ihn. Yes. Wir bekommen ihn. Der dunkle Magier. 2. Krass. Den werden wir natürlich rein. Thema Yugi, glaube ich. Und er ist der Impuls, den ich so denke. Cool, Leute. Wir haben es geschafft. Das war ein Wärme. Richtig, natürlich. Nice. Verwerkt. Sehr, sehr schön. Geheimkraft. Ja, Heimkraft. Bin ich mal gespannt, was das jetzt ist. Die Ruinen des schwarzen Chaos. Oh, nice. Schwarzer Chaos-Magier oder was? Die Ruinen im Finsterwald waren einst das Zuhause des dunklen Magiers. Dort sollen mächtige Zauberergegenstände verborgen sein. Yugi schickt den Großteil seiner Truppen los, um die Hauptstadt anzugreifen und macht sich mit seiner kleinen Gruppe daran, die Ruinen nach diesen Objekten abzusuchen. schon viele Plünderer haben die Ruinen des schwarzen Chaos nach den geheimen Schätzen dort durchforscht oder durchforstet. Aber keiner von ihnen hat dieses Abenteuer überlebt. Wird Yugi die verscheulenden Zauberkräfte finden und wieder zu seiner oder zu seinen Freunden zurückkehren? Nice, Leute. Cool. Bin ich gespannt, was uns da erwarten wird. So, aber jetzt erstmal, Leute, Pantherkrieger, ne? Pantherkrieger wird fein, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, der Pantherkrieger ist mega nice oder wird noch nice. Lass ihn mal lieber drin. Dann schreibt mir das gerne mal. Aber ich werde jetzt Level 1, okay. Das ist natürlich ein... Na gut. Aber wir können ihn hochpushen mit den Magiern hier. Okay, Leute, wir haben eine freie Wahl jetzt. Yugi muss dabei sein, logischerweise. Aber sonst bleiben wir nicht so, oder? Das war gar nicht ganz gut. Bleiben so. Wir bleiben so. Rotauge muss doch weiter gepusht werden. Wie gesagt, mehr denn wir machen definitiv. Und sonst ist alles gut eigentlich, ne? Alles gut. Speichert auf jeden Fall jetzt mal wieder. Speichern. So, Leute. Danke wieder fürs dabei sein. Ich denke mal, das war es jetzt mit der Folge. Es war eine kürzere Folge. Ja, danke wieder fürs dabei sein. Sehr, sehr schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder sehr erfolgreich. Wir haben die Dunkle Magier 2 bekommen, Leute. Also, Yugi-Team ist wieder ein bisschen nicer. Natürlich, ja, Level 1, ich weiß, aber den kriegen wir gut hochgepusht, glaube ich, mit den Dunkle Magier Mädchen und den Dunkle Magier. Mal gucken, wenn wir jetzt gleich den Chaos Krieger kriegen, oder den Chaos Magier, eher gesagt, dann mal gucken, was wir dann machen. Dann wird es schwierig langsam mit den Magiern. Ja, weiß ich nicht. Wenn wir dann raustun wollen, müssen wir gucken. Also, wenn der Dunkle Magier 2 Ragiki hat als Spezialfähigkeit, dann würde ich natürlich den Dunkle Magier raustun, eher auch, wenn es ein bisschen schmerzt, weil ich den Dunkle Magier natürlich ein bisschen cooler finde als den Dunkle Magier 2. Aber Leute, das ist was für die Zukunft. Das ist was für die nächste Mission. Mal gucken, wie wir dann weitermachen werden. Leute, sagt mal wieder Danke fürs Dabeiden auf jeden Fall. Sehr, sehr nett. Auch danke wieder mal fürs Liken. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, aber nur, wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann sage ich da Danke für. Wirklich, danke, danke, Leute, wie immer. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür, wenn ihr diesen Channel abonniert habt. Auch das ist eine Sache, wo ich mich sehr freue. Macht das gerne, wenn es euch gefallen hat und ansonsten bleibt einfach dabei. Das reicht mir schon. Freut mich gemeinsam oder freut mich, das mit euch gemeinsam hier zu machen zu können. Auch doch mal Danke an alle, die mir Tipps dargelassen haben. Tipps, Tricks und so weiter. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Das hilft mir sehr, gerade bei so Spielen, die ich nicht kenne und Leute, sehr wichtig, gib mir Tipps und spoilert mich nicht. Das ist auch immer sehr schön, das finde ich sehr eine coole Eigenschaft, die hier herrscht in den Kommentaren oder eine coole Stimmung, kann man sagen, eine coole Stimmung. Alle sind cool drauf und so weiter. Ja, kein Hatschwort rein oder so. Sehr, sehr schön, Leute. Danke, danke. Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, wirklich. Macht was draus und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier weiter mit Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Ich habe sehr viel Bock daran, aktuell. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.